Hallo zusammen, der Ethereum Merch ist gestern am 15. September 2022 erfolgreich über die Bühne gegangen und die Ethereum Miner sind damit nun ganz offiziell ohne Beschäftigung. Aber natürlich haben sie sich jetzt nicht einfach nur arbeitslos gemeldet, sondern stattdessen haben sie beschlossen eine eigene Version von Ethereum rauszubringen und das sogar mit einem eigenen Token. Und die neue Blockchain, die neue Ethereum Blockchain, die also parallel mit der alten Ethereum Blockchain läuft, die heißt Ethereum Proof of Work und der neue Token heißt, ein bisschen unhandlich, ETHW oder ETHW, nicht ganz so einfach auszusprechen. Vielleicht verwendet man einfach die deutsche Kurzform Ethereum Proof of Work Token. Und die gute Nachricht bei der Sache ist, jeder der vor dem Merch Ethereum Ether in seinem Wallet hatte, der bekommt jetzt dieselbe Anzahl an ETHW ebenfalls geschenkt. Der Token hat zur Zeit also heute einen Wert von 10 US Dollar und in diesem Video zeige ich dir, wie du an deine ETHW rankommst. Dann erkläre ich dir, was ich glaube, die Chancen sind für diesen Token und drittens, ich zeige dir, wie du die Ether jetzt schon verkaufen kannst, vor allen anderen, bevor es möglicherweise zum großen Preisverfall kommt. Kaum ein Wallet unterstützt zur Zeit den Ethereum Proof of Work Token. Das ist einfach so und das macht es auch etwas schwierig, jetzt an die Tokens ranzukommen. Natürlich kann man jetzt auch einfach warten, bis das Wallet, das man verwendet, Ethereum Proof of Work einführt, bis das unterstützt. Das kann aber noch eine ganze Weile dauern und ich selber habe beschlossen, einen eigenen Weg zu finden, wie ich an die Tokens rankomme. Denn ich möchte jetzt in den nächsten Wochen nicht den Kursschwankungen des Ethereum Proof of Work Tokens schutzlos ausgeliefert sein und einfach zuschauen, wie möglicherweise der Kurs des Tokens verfällt, bevor ich meine Ethereum Proof of Work Tokens veräußern kann. Das einzige Wallet, das meiner Meinung nach Ethereum Proof of Work schon unterstützt, das ist Metamask. Aber keine Sorge, wenn ihr eure Ether auf einem anderen Wallet habt, dann besteht eine sehr gute Chance, dass ihr eure Ethereum Proof of Work irgendwie in Metamask reinbekommt. Die Idee wäre dann, dass man seine Private Keys aus dem Wallet exportiert und in Metamask importiert. Und das zeige ich in diesem Video hier anhand von zwei Beispielen. Und zwar einmal in Form anhand von dem Exodus Wallet, das ist ein Desktop Wallet und dann anhand eines Ledgers. Und der Weg ist aber nun mal über Metamask, weil alle anderen Wallets meines Wissens zumindest nach Ethereum Proof of Work noch nicht unterstützen. So, das heißt, wir müssen jetzt als allererstes Metamask fit machen für Ethereum Proof of Work. Das geht folgendermaßen. Am besten holt man sich die korrekten Einstellungen vom offiziellen Twitter-Account von Ethereum Proof of Work. Das habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt, beziehungsweise ich habe sogar diesen Tweet hier, um den es geht, in die Videobeschreibung gepackt. Ihr braucht also, wenn ihr das einrichtet, nur diesen Tweet zu öffnen und die Sachen kopieren. Wie richtet man das in Metamask ein? Also der erste Schritt, das ist jetzt so ein Tipp von mir, kann natürlich jeder auf seine Art machen. Ich hole mir erstmal Metamask in ein eigenes Fenster hier mit Expand View. Also ich klicke hier auf die drei Punkte, hinten neben meinem Account und klicke dann hier auf Expand View. Dann habe ich Metamask in einem eigenen Fenster. Das ist ein bisschen bequemer, als hier in diesem Pop-up zu arbeiten, vor allem wenn ich gleich Sachen hin und her kopiere. Das ist also nur so ein Trick am Rande. Jetzt muss ich also ein neues Netzwerk einrichten. So heißt es hier und das mache ich unter Settings. Also ich klicke hier oben auf dieses bunte Icon, gehe hier unten auf Settings und dann hier auf Networks. Bei Networks kann ich jetzt Add Network machen und dann kann ich die Informationen, die hier stehen, eins nach dem anderen rüber kopieren. Also zum Beispiel den Netzwerknamen, den kann ich übrigens frei festlegen. Ich muss das nicht übernehmen. Ich finde das hier als Beschreibung ein bisschen zu technisch, aber müsst ihr selber wissen. Und dann muss hier die RPC URL rein und die, da muss man gut aufpassen, denn die steht hier eigentlich falsch. Das haben sie irgendwie ein bisschen versemmelt hier, denn es gehört ein HTTPS Doppelpunkt Slash Slash davor. Wenn ich das Ganze kopiere, kann es also sein, dass dieser Part nicht übernommen wird, wie jetzt hier in meinem Fall auch. Und da muss ich dann also HTTPS Doppelpunkt zwei Schrägstriche davor schreiben, damit das Ganze funktioniert. Ich bekomme jetzt hier eine Meldung, eine Fehlermeldung. Das liegt daran, dass ich das hier schon eingerichtet habe und das jetzt doppelt ist. Normalerweise sollte es aber gehen. Die Chain ID, die ist dann die 1001. Und das Currency Symbol, das nennen wir jetzt mal IW, also heißt eben Nummer der Token. Und dann kopiere ich das hier noch. Und auch hier ist es wichtig, dass man das HTTPS Doppelpunkt zwei Schrägstriche davor schreibt. Und sonst funktioniert es nämlich nicht. Ich muss also hier das noch ergänzen. Und dann bin ich soweit. Ich kann das hier nicht einfach hinzufügen, weil ich es ja schon eingerichtet habe. Aber in eurem Fall sollte das dann funktionieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr dann fertig seid, dann müsstet ihr eigentlich in eurem Account hier die ETHW sehen. Das müsste dieselbe Anzahl sein, die ihr vorher in eurem Metamask drin hattet. Wenn ihr jetzt eure Tokens nicht direkt in Metamask habt, sondern in einem anderen Wallet, dann müsst ihr irgendwie versuchen, eure Private Keys zu exportieren. Und bei dem Beispiel, das ich jetzt hier mache bei Exodus, zeige ich das jetzt mal, wie das geht. Und zwar, ich bin also jetzt in Exodus drin und dann klicke ich hier auf das Wallet. Also das ist hier quasi so eins der Icons hier oben, Wallet. Und dann suche ich Ethereum aus. Ihr müsst also eure Ethereum Private Keys suchen und exportieren. Das sind nämlich dieselben bei Ethereum und bei Ethereum Proof of Work. Und diese kann man dann in Metamask einfügen. Hier bei Exodus findet man das hinten bei diesen drei Punkten, die hier rechts zu sehen sind. Und dann steht hier View Private Keys. Das öffnet ihr, bekommt eine Warnung, dass ihr also hier quasi eure Private Keys niemandem zeigen sollt. Ich ignoriere das Ganze jetzt und veröffentliche meine Private Keys stattdessen auf YouTube. Dann muss ich mein Wallet freischalten. Und dann sehe ich hier die Private Keys, mit denen ich auf Exodus gearbeitet habe. In diesem Fall ist es nur einer, weil ich hier eigentlich überhaupt noch gar nicht gearbeitet habe. Mit Exodus ist jetzt nur ein Beispiel. Und diese Private Keys hier, die hier angezeigt werden, die werde ich auch in Zukunft nicht weiter verwenden. Also jetzt als Hinweis für diejenigen, die sich jetzt ganz schnell diese Zahlen hier abschreiben. Also diese Private Keys hier, die kopiere ich und dann gehe ich in Metamask und importiere die. Das mache ich, indem ich auf dieses Icon hier klicke, auf das bunte Icon und dann hier Import Account auswähle. Und hier kann ich dann auswählen Private Key, das ist das, was ich hier importieren möchte und füge hier meine Private Keys dann ein, importiere das. Und dann habe ich meinen Exodus Account, das leer ist, wie gesagt, importiert in Ethereum Proof of Work und kann. Also jetzt hätte ich hier Ether, die auch mit Metamask weiterverarbeiten, weiter versenden. Und auch wenn man ein Hardware Wallet wie zum Beispiel diesen Ledger hier verwendet, dann kann man im Grunde auf seine Ethereum Proof of Work zugreifen. Die Idee hier ist aber nicht, dass man die Private Keys exportiert. Das ist ja so ziemlich das Gegenteil der Idee hinter einem Hardware Wallet, denn die Private Keys, die sind ja auf dem Stick hier auf dem Hardware Wallet gespeichert und dürfen das auch nicht verlassen. Deshalb macht man es anders. Man schließt jetzt sein Hardware Wallet an Metamask an. Dafür gibt es in Metamask eine Möglichkeit hier über dieses Icon. Über das bunte Icon kann man eben hier Connect Hardware Wallet aussuchen. Und wie man jetzt den Ledger einstellt für die Verbindung zu Metamask, das erzähle ich jetzt nicht in diesem Video. Das ist sowieso bei jedem Hardware Wallet ein bisschen anders und da gibt es genug Infos im Internet zu. Ich werde stattdessen einfach eine schöne Beschreibung raussuchen und die hier quasi in die Videobeschreibung packen. Aber ganz grundsätzlich, ich gehe hier auf Connect Hardware Wallet. Der Ledger muss dann schon freigeschaltet sein und dann sucht er mir hier also quasi meine ganzen Accounts raus. Und dann kann ich hier also meine Accounts importieren, indem ich jetzt auswähle, mit welchen Accounts ich gearbeitet habe. Hier wird erstmal nur die normale Ethereum Blockchain ausgelesen. Aber das ist ja nun identisch normalerweise in die Tokens, die da sind und die Ethereum Proof-of-Work-Tokens. Insofern kann man hier also schauen, auf welchen Accounts was drauf ist. Ich habe hier drei Accounts, auf denen ein bisschen was drauf ist. Das kann ich jetzt hier irgendwie auch auswählen. Mache ich aber jetzt nicht. Es geht einfach darum, jetzt hier diese, ich nehme jetzt mal einfach das erste Account, klicke hier auf Unlock. Und dann habe ich also quasi meinen Ledger an Metamask angeschlossen, müsste hier meine Ethereum Proof-of-Work-Tokens sehen und kann von hier aus dann die Tokens auch versenden. Zum Beispiel an eine Börse. Und da muss ich jede einzelne Transaktion auf dem Ledger freischalten. Das ist ja natürlich auch der Sinn dahinter, dass jetzt also nicht einfach irgendwelche Tokens aus dem Wallet rausgenommen werden können, sondern dass man stattdessen ein zweites Element, einen zweiten Faktor braucht, nämlich dieses Hardware Wallet. Es gibt tatsächlich auch immer noch nicht allzu viele Börsen, die Ethereum Proof-of-Work unterstützen. Hier zum Beispiel Kraken hat angekündigt, dass der Token unterstützt wird. Und wenn man auf der Börse Kraken Ether hatte vor dem Merch, dann hat man jetzt auch schon Ethereum Proof-of-Work bekommen, kann die auch verkaufen, kann sogar auch neue kaufen, wenn man dann Lust dazu hat. Und was aber noch nicht geht, sind Einzahlungen und Auszahlungen. Das heißt, wenn ihr eure Tokens auf einem Wallet habt, dann könnt ihr jetzt bei Kraken zur Zeit zumindest noch nichts damit machen, denn ihr bekommt die Tokens nicht zu Kraken hingeschoben. Aber das Ganze geht hier im Laufe des Tages los. Hier ist es angekündigt für 15.30 Uhr UTC. Ab da kann man also Tokens zu Kraken schicken. Und es gibt zwei, drei Börsen, die das schon unter vollständig unterstützen. Das sind unter anderem FTX und Bybit. Und am Beispiel von Bybit zeige ich jetzt, wie man seine Tokens da hinbekommt. Bybit ist eigentlich eine ganz interessante Börse, denn hier braucht man kein KYC zu machen, also sich nicht zu verifizieren, wenn man Beträge unter zwei Bitcoin pro Tag ein- und auszahlt. Also wenn man damit hinkommt, zwei Bitcoin ist das Limit. Ab zwei Bitcoin muss man sich hier verifizieren lassen. Aber zwei Bitcoin pro Tag, das ist selbst bei dem aktuellen Kurs, der ja zurzeit sehr niedrig ist, immer noch eine ganze Menge. Und man hat hier also eine ganze Menge Möglichkeiten, ohne dass man sich hier wirklich großartig verifizieren muss. Bei Bybit habe ich einen Account und ich kann Assets hier übertragen, indem ich auf das Spot Wallet gehe. Und beim Spot Wallet dann hier auf Deposit. Unter Deposit kann ich hier dann eben ETHW aussuchen. Hier ist er auch schon, Ethereum Proof of Work. Ich suche das aus, lasse mir hier meine Adresse anzeigen, kopiere mir die in die Zwischenablage und kann dann also von Metamask aus hier meine Ether hinschicken. Ich nehme jetzt mal 0,1 Ether Proof of Work, das ist ja nicht allzu viel, aber es geht jetzt auch nur um das Beispiel. Ich schicke also jetzt 0,1 Ethereum Proof of Work an die Adresse, die ich hier kopiert habe, schicke das Ganze dann ab. Und jetzt muss ich diese Transaktion hier in meinem Ledger freigeben. Das mache ich aber jetzt gar nicht. Es geht ja jetzt nur darum, das Ganze mal zu zeigen, wie es funktioniert. Also hier werden jetzt die Ether zu Bybit geschickt. Wenn die Ethereum Proof of Work Tokens dann bei Bybit angekommen sind, dann kann ich damit auch traden. Ich kann sie also verkaufen. Das ist ja jetzt hier die Idee. Mehr als das kann ich eigentlich auch nicht machen mit Ethereum Proof of Work. Ich klicke hier dann also bei Bybit auf Trade, gehe auf Spot Trading. Reicht, wenn ich einfach irgendwas davon anklicke. Und dann muss ich noch die Ethereum Proof of Work Tokens aussuchen. Dafür gehe ich hier über das Bitcoin Symbol, gebe hier also ETHW ein und dann bekomme ich hier das einzige Handelspaar, was es zurzeit gibt. Nämlich den Ethereum Proof of Work gegen den USDT. Aktueller Preis liegt so ungefähr bei 12 Dollar. Wenn ich das anklicke, dann bin ich hier in diesem Handelspaar. Ich sehe hier auch den Kursverlauf. Man sieht hier sehr schön, wie das Ganze in den ersten Stunden abgegangen ist. und dann klicke ich hier unter Spot auf Sell, mache hier eine Market Order. Das bedeutet einfach, dass ich jetzt meine Ether sofort verkaufen möchte. Gebe hier die Menge an oder ich nehme hier den Regler und stelle hier ein, was ich verkaufen möchte, welche Menge. Nämlich 0 bis 100 Prozent meiner gesamten Tokens. Ich tippe jetzt mal hier einen Ether ein und dann gehe ich hier auf Sell, Ethereum Proof of Work. Und dann bekomme ich die entsprechende Menge an USDT, an Tether in mein Wallet und kann die dann von der Börse wieder abheben. Hat Ethereum Proof of Work jetzt überhaupt irgendeine Chance, sich dauerhaft durchzusetzen? Und ich persönlich, ich bin der Meinung, dass das sehr, sehr schwierig wird, wenn nicht sogar völlig unmöglich. Ich bin da also extrem skeptisch. Und das liegt vor allem daran, dass das Ethereum, das jetzt gestern den Merch so erfolgreich durchgezogen hat, es ist wirklich überhaupt nichts schief gegangen, eine Meisterleistung. Das Ethereum hat es jetzt geschafft, den Stromverbrauch, den das Netzwerk braucht, um 98 bis 99 Prozent zu senken. Es hat die Grundlagen geschaffen für die weitere Skalierung und ist auf dem besten Weg, jetzt möglicherweise sogar Bitcoin zu überholen. Jetzt nicht in zwei Wochen oder in drei Wochen, aber über die Jahre. Ja, also es wird extrem schwer, jetzt mit einer Technologie, die gestern also erfolgreich abgeschafft wurde, das alles noch einzuholen. Und das ist ja Ethereum Proof of Work. Es ist einfach das alte Ethereum, das jetzt von den Minern fröhlich weitergemacht wird. Und das Ethereum, das gestern den Merch gemacht hat, also das Original Ethereum, das hat jetzt ein mächtiges Marketing Tool im Rücken, denn es ist jetzt umweltfreundlicher geworden. Das wird Tür und Tor öffnen für jegliche Form von Investitionen, Neuerungen und möglicherweise sogar Förderungen aus der Politik. Wer weiß, was noch kommt. Aber der Weg ist jetzt auf jeden Fall für viele Dinge frei, die vorher noch völlig verstellt waren. Mit Ethereum Proof of Work steht das alles nicht zur Verfügung. Das ist so das eine. Das andere ist aber auch, man hat jetzt also nicht mal sich mit rumbekleckert bei dem Fork. Also Ethereum Proof of Work hat sich nicht mit rumbekleckert bei dem Fork. Wenn man mal hier sich einen Thread anguckt auf Twitter von einem Ethereum Classic Mitentwickler. Ganz wichtig jetzt hier, das ist auf jeden Fall Ethereum Classic ist ja die Konkurrenz von Ethereum Proof of Work. Auch Ethereum Classic läuft auf diesem Algorithmus, läuft schon seit Jahren. Und er hat hier so einige Dinge sich angeschaut bei dem Launch und stellt jetzt einfach mal fest, wie super schlecht das Ganze vorbereitet war. Und das kann ich aus meiner Sicht auch wirklich bestätigen. Denn also es ist nicht nur so, dass jetzt hier Infrastruktur einfach nicht richtig funktioniert. Immer wieder mal ist der Block Explorer down oder die Transaktionen gehen nicht richtig durch. Und alle möglichen anderen Sachen erzähle ich vielleicht gleich auch noch ein, zwei Sachen. Jedenfalls, man muss einfach mal bedenken, der Merch, der stand ja jetzt schon ganz, ganz lange ins Haus. Also immerhin wurde fast fünf Jahre am Merch gearbeitet. Es war völlig klar für die Ethereum Miner, dass es irgendwann dazu kommen würde. Und man hat es einfach nicht geschafft, hier auf den Punkt zu liefern. Es ist zwar gestern die Blockchain gestartet, aber wirklich mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Unter anderem sogar, dass man die Chain ID, also quasi die ID-Nummer, die jede Chain braucht eine ID-Nummer. Das Ganze hat man bis auf die letzten Meter verpennt, sich eine eigene ID-Nummer zu wählen. Das ist ja wirklich ein total einfacher Vorgang. Man muss einfach mal in die Liste der Ethereum-kompatiblen Blockchains nachschauen. Was ist noch frei? Was gibt es noch? Und es gibt, glaube ich, ein paar Millionen verschiedene IDs. Die allermeisten sind noch nicht benutzt. Und trotzdem hat man es nicht geschafft, sich eine vernünftige ID auszusuchen. Man wollte tatsächlich, oder es wäre fast dazu gekommen, dass man mit derselben ID-Nummer wie Ethereum startet. Und das wäre eine Katastrophe geworden, weil das eine riesen Sicherheitslücke bedeutet hätte. Und hat auf den letzten Metern sich dann eine ID-Nummer noch schnell ausgesucht, nämlich die 100001. Und die ist tatsächlich sogar auch vergeben, weil eine andere Blockchain bei einem Testnetz da ist. Also jede Menge durcheinander entstanden, das sich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen lässt, weil man kann die ID-Nummer nicht einfach mitten im Betrieb verändern. Ja, dann muss man dazu sagen, die ganzen Assets, die jetzt auf Ethereum-Proof-of-Work laufen, also laufen könnten, wie zum Beispiel Stablecoins oder andere Tokens, Uniswap-Tokens und so weiter, sind alle im Grunde komplett wertlos. Weil kein einziges Projekt, wirklich kein einziges der etablierten Projekte auf Ethereum-Proof-of-Work aufsetzt. Keiner hat sich die Mühe gemacht, auf Ethereum-Proof-of-Work eine neue Version zu starten. Und möglicherweise kommt das noch in der Zukunft. Es ist eher unwahrscheinlich. Also es gibt kein Uniswap, es gibt kein Curve, es gibt kein Aave. All die haben Ethereum-Proof-of-Work im Grunde den Rücken gekehrt, sodass Ethereum-Proof-of-Work zurzeit eine absolute Geisterstadt ist. Und nicht nur das, die Stablecoins, die auf Ethereum-Proof-of-Work jetzt auch theoretisch vorhanden werden. Es ist ja immerhin eine identische Kopie von Ethereum. Das heißt, alle Tether, alle USDC, alle DAI, alle Stablecoins, die auf Ethereum laufen, sind jetzt in der gleichen Zahl auf Ethereum-Proof-of-Work vorhanden. Also wenn ihr auf Ethereum, sagen wir mal, 1000 USDT hattet, dann habt ihr jetzt auf Ethereum-Proof-of-Work auch 1000 USDT. Aber ihr könnt die nicht einlösen, weil Tether natürlich nicht alle Tokens jetzt doppelt einlösen möchte. Denn sie haben ja angeblich, wir wissen es ja nicht, aber selbst wenn es also stimmt, haben sie ja irgendwie quasi ihre gesamte Marktkapitalisierung im Tresor an Dollar liegen. Aber natürlich nicht nochmal die doppelte Menge, die jetzt auf Ethereum-Proof-of-Work dazugekommen ist. Also man kann nichts von dem, was man an Tokens hat, an Ethereum-Proof-of-Work einlösen. Das wird dann dazu führen, dass jede Menge der Protokolle, wie zum Beispiel Aave oder ähnliche Landing-Protokolle und so, die sind ja, die Smart Contracts sind ja auf Ethereum-Proof-of-Work vorhanden. Die werden jetzt in nächster Zeit geplündert werden. Man wird dort einfach die ganzen wertlosen Stablecoins dumpen und wird versuchen, auf irgendeine Art und Weise an die Ethereum-Tokens, die da noch in den Smart Contracts drin liegen, ranzukommen, um sie dann eben, was will man damit machen? Man kann sie eigentlich nur auf den Markt werfen. Geht also ein Wettrennen los. Wer jetzt Aave plündert, wer Curve plündert, der kann das dann über irgendwelche Umwege dann umtauschen in Ethereum-Proof-of-Work-Tokens und die dann an der Börse verkaufen. Also es wird ein riesen Verkaufsdruck in den nächsten Wochen losgehen. Extrem unwahrscheinlich, dass dieser Token in den nächsten Wochen im Wert steigen wird. Dazu bräuchte es schon einige große, große Projekte, Big Players, die auf dieser Blockchain jetzt irgendwas starten, die ein Projekt ankündigen oder dahin irgendwie forken. Und das ist wirklich zurzeit überhaupt nicht in Sicht. Also mein Gefühl, mein Bauchgefühl ist, es ist besser, so früh wie möglich diesen Token loszuwerden. Das ist jetzt aber nur meine Meinung. Macht euch bitte selber schlau, macht euch eure eigenen Gedanken. Lest einfach mal diesen Thread hier, geht auf den Ethereum-Proof-of-Work-Account auf Twitter zum Beispiel, folgt denen, schaut einfach mal, was die vorhaben, was die in petto haben. Vielleicht wird uns das Ganze ja nochmal überraschen. Glaube ich zwar nicht, weil eigentlich ist Ethereum-Proof-of-Work schon vorhanden. Es ist nämlich, es nennt sich Ethereum Classic. Es ist eben auch ein Proof-of-Work-Ethereum und das läuft schon seit vielen, vielen Jahren, meines Wissens seit 2016 erfolgreich. Aber auch der Ethereum-Classic-Token ist nicht wirklich vom Fleck gekommen, sodass also der Ethereum-Proof-of-Work-Token es meiner Meinung nach extrem schwer haben wird. Was denkt ihr über das Ganze? Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass Ethereum-Proof-of-Works sich durchsetzen wird? Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare rein und schreibt mir vielleicht auch mal netterweise dazu, warum ihr das glaubt. Denn ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren. Aber bis dahin bleibe ich erstmal dabei und werde versuchen, meine Tokens so schnell wie möglich zu dumpen und freue mich darauf, wenn ihr mir jetzt in den Kommentaren erklärt, warum ich das irgendwann bereuen werde. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, viel Spaß. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.